Ja, heute haben wir das beliebte Thema, bin ich zu Unrecht eifersüchtig bei einem Partner, der viel Grund gibt, eifersüchtig zu sein, aber irgendwann findet man sich da ja nicht mehr richtig zurecht. Lass mir auch gerne ein Abo da, gucken bei mir mal sehr viele Leute ohne Abo und wieder sagen, wie wichtig das ist, weil das halt für einen Algorithmus so wichtig ist. Also freut mich, wenn du mal einmal auf den Abo-Button klickst. Genau, von Draschnetschkulain und sie schreibt, lieber Christian, ich habe bereits einige Kurse über dir gebucht und bin absolut begeistert von der Liebeschipp-Umprogrammierungsmeditation. Ich vermute mal, du meinst die aus den Vertiefungsübungen, Modul 2. Ja, die lieben viele. Die ist aber echt gut geworden, ja, muss ich euch sagen. Danke dafür, die höre ich natürlich öfter. Nun kurz zu mir, ich bin Ende 40, bin noch verheiratet, war 30 Jahre mit meinem Mann zusammen. Wir haben zwei erwachsene Kinder, aber die Liebe meinerseits fehlte am Schluss, also habe ich mich letztes Jahr getrennt. Schon während der Trennung habe ich mich sexuell mit anderen Männern ausprobiert. Mit meinem Mann kam ich mit 16 zusammen, ich hatte wohl Nachholbedarf. Alles gut, alles gut. Ich hatte ihn darüber informiert, dass ich mich jetzt ausprobieren muss. Also bis hierhin alles okay. Klar, so in einer idealen Welt ist das immer so ganz klar getrennt und man trennt sich erstmal und verkauft erstmal das Haus und dann geht man fünf Jahre auf Selbstlieberreise und dann datet man neu. Aber so ist es halt nicht. Also solange es alles offen ist und das ist da so ein bisschen, sag ich mal, dass so eine lang, jahrzehntelange Beziehung dann auch gerne mal so ein bisschen ausfasert. Ja, alles gut. Mein bis erstes, so ein bisschen lang einziges Tattoo wanderte auf meiner Haut. Ich habe mich schon tatsächlich ziemlich gewandelt, habe 28 Kilo abgenommen, Donnerwetter. Krass. Und bin mit meinem Aussehen überaus zufrieden. Tja, das ist ja echt krass, echt eine Leistung. Der erste Mal, den ich kennenlernte, war ein Lügner und Betrüger, wie er am Ure steht. Also wenn man erstmal wieder anfängt zu daten nach Jahrzehnten, also falls das bei dir der Fall sein sollte, schnall dich an. Es hat sich einfach so viel verändert über die vielen Jahre. Du würdest sagen, dass meine Eimer allesamt leer waren und ich jede Menge Aufmerksamkeit und Liebe gebraucht habe. Ja, das ist, was ich mal wieder sage. Wenn man selber nicht gut drauf ist, das ist wie hungrig Essen kaufen gehen, macht man gerne, fällt man auf die, also besonders je mit Lehrer die eigenen inneren Eimer sind, umso mehr ziehst du die falschen Menschen an, ja. Er belogt mich hinsichtlich seines Namens, Alters, Familienstandes. Zum Schluss kam heraus, dass er nicht ein, sondern drei eigene Kinder hat und verschiedene Frauen. Ich brauchte lange, mich um ihn zu trennen. Immer wieder habe ich ihn geblockt, entblockt, mir die Zufuhr von ihm abgeholt. Ich feier schließlich seine Trämpfrau. Nun ja, Mitte letzten Endes Jahres lernt sich meinen jetzigen Freund kennen. Wir wohnen auch bereits zusammen. Dieser wiederum scheint bindungsängstlich oder was auch immer zu sein. Allerdings bin ich bei ihm jetzt überaus kontrollierend und eifersüchtig. Ich habe, ja, ich lese viel. Ich habe mir bereits einen Eifersuchtskurs und einen Verlustangskurs dazu gekauft. Ich lese, ja, es ist gute Wahlen. Ich lese viel Arbeit, der mir und habe meine Eifersucht in Amoris Vita gegeben. Ich möchte endlich aus dieser Eifersucht raus. Mein neuer Freund hat allerdings aus meiner Sicht diese angetriggert. Er braucht aus meiner Sicht viel Zeit für sich. Er ist Alleinherrscher über Nähe und Distanzen unserer Beziehung. Er hat berufsbedingt viel mit teils aus der jungen Frauen zu tun. Seine privaten Nachrichten habe ich mal lesen dürfen. Er ist in all den Jahren dreimal zu seiner Ehefrau zurückgegangen und möchte, der will auch nach dem Entscheidungstermin, der jetzt bald ansteht, will er wieder einen Kaffee mit ihr trinken gehen. Er hat innerhalb seiner Ehe eine vierjährige Affäre. Leute, warum müsst, warum, warum, du hast doch schon, ich weiß nicht, ob du schon ein Modul 1 gemacht hast bei mir, aber du hast doch Kurse, du kennst meine Arbeit, du weißt doch, was ich dazu sage. Warum suchst du dir so jemand aus, ne? Dass der offensichtlich nicht loyal ist, ja, natürlich hast du deine Eifersucht. Das ist ja auch großes Thema im Eifersuchtskurs, berechtig dir von unberechtigter Eifersucht zu entscheiden, ne? Unterscheiden. Und das ist natürlich, muss ich, die Menschen, wie ich lese, wie der ist, weiß man doch schon, dass der, dass das wahrscheinlich eine ganze Menge berechtigter Eifersucht entsteht, ne? Also muss wirklich an deinem Liebeschipp auch arbeiten, so, ne? Das ist echt ganz wichtig. Deswegen diese Affäre ausgezogen, nach einem halben Jahr wieder festzustellen, dass das wohl doch nicht ganz richtig war. Dann hat er nochmal eine andere Frau am Start, eine Mitarbeiterin, mit der er ist dann nun immerhin acht Monate zusammen, bevor er sich angeblich mangels Liebe wieder trennte. Mit seinen Mitarbeiterinnen schrieb er teilweise sehr locker, ich habe ihm gebeten, dass jetzt, wo ich seine Partnerin übrigens unterlassen, bislang unterlässt er es. Du datest Bad Guys, sage ich jetzt mal so allgemein, und Bad Guys benehmen sich wie Bad Guys und natürlich bist du dann eifersüchtig. Also Eifersucht hängt wirklich, es gibt Leute, die sind chronisch eifersüchtig und projizieren alles rein in einen. Das gibt es, ne? Aber oft ist Eifersucht auch begründet. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein eifersüchtiger Mensch, aber wenn ich, es gab Beziehungen, wo ich ausgerastet bin vor Eifersucht, aber ich würde aus heutiger Sicht, oder habe ich auch damals auch schon gedacht, ganz klar sagen, zu Recht, weil es einfach die Damen entsprechenden fucking illoyal waren. Ja, natürlich bin ich dann eifersüchtig, ne? Also und ja, das ist berechtigt hier, ne? Bislang unterlässt er es, ähm, achso, er unterlässt es, diese Nachrichten zu schreiben, ja, ja, du weißt natürlich, schreibst du auch selber, du weißt natürlich nicht alles und kannst nicht alles sehen. Manchmal erhält er anonyme Anrufe, äh, neulich kam ein Fragezeichen per WhatsApp bei ihm an. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Ich meine, das ist, wie will man in seinem Liebeschip arbeiten, wie will man eine ruhige Beziehung haben? Das ist eine Drama-Beziehung, ne? Mit so einem Partner, ne? Das ist, das reibt einen auf, ne? Und du kriegst so Menschen auch nicht eingegrenzt, ne? Das ist ja nicht ehrlich scheinbar, ne? Also und wenn sich die, ich verstehe schon, man sucht dann nach Beweisen, aber eigentlich immer so dieses Gesamtbild sieht, weiß man ja, was Phase ist, ne? Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Affären erlaube neben mir, super, und ich möchte, dass er keinerlei andere Frauen neben mir datet, wenn man sowas schon sagen muss. Aber gut, ich habe ihm gesagt, dass ich sonst lieber die Beziehung beenden will, weil er, wenn er noch gerne etwas spielen will. Er ist Anfang 60, ja, das hat mit dem Alter gar nichts zu tun, und Forschung sagt, dass, es war sicherlich von Land zu Land unterschiedlich, dass Männer mit 60 gehen deutlich mehr fremd als Männer mit 40. Ist ein Ding, ne? Wie kann ich ins Vertrauen kommen? Ja, wie soll das gehen? Ich kann dir nicht sagen, wie es geht, also meiner Ansicht nach bist du berechtigt eifersüchtig. Ich weiß noch meine Stärken, glaube ich zumindest, jedoch sobald wir unterwegs sind, kann er es einfach nicht unterlassen, ständig andere Frauen anzusehen, mehrfach. Gut, wenn es jetzt also nur dieses Ansehen wäre, ich meine, Männer sind visuelle Wesen, gucken sich mal eine Frau an. Also das würde ich jetzt nicht so schlimm finden, aber ich vermute mal, dass das Problem ist ja, man wird ja immer mehr angetriggert, wenn man sowieso schon, der Eifersuchtschipp schon am Feuern ist. Dann wird mir auch irgendwann eng, ne? Und irgendwann nervt dann eigentlich immer mehr so, und dann sagt der Partner vielleicht, aber das kannst du mir doch jetzt nicht vorwerfen, aber du spürst einfach, dass da noch viel mehr ist und vermute ich mal, und dann ist es, ja, schwierig, ne? Wenn ich ihn darauf ansehe, verneint er sein Verhalten, er würde das nicht tun, ich weiß aber, dass er das tut, weil ich es ja sehe. Bei der einen oder anderen Lüge habe ich ihn leider auch schon ertappt. Ich bin überaus unsicher, gehen oder bleiben, was redest du mir? Danke für deine Antwort und für deine wirklich gute Arbeit. Ja, also jetzt, ich muss du es wissen, für mich sind, also in den sehr destruktiven Beziehungen, in denen ich war, war eigentlich immer chronisches Lügen involviert. Ich hasse das wie die Pest irgendwie. Und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man weiß, es stimmt irgendwas nicht, man weiß es einfach, weil man hat jetzt keinen wissenschaftlichen oder juristischen Beweis dafür irgendwie. Und, aber wenn es, wenn man das jetzt so diese Gesamt, sozusagen die Energie dieser Mail sich anguckt, also ich bin streng, aber andere werden was anderes sagen. Ich würde sagen, also wenn man schon angelogen worden ist, wenn man es einfach spürt, dass da irgendwas nicht stimmt, mit so einer Historie, die dein Partner hat und einfach zu sehen, es tut mir nicht gut, es tut mir nicht gut, es macht mich liebessüchtig unter Umständen wieder. Also es würde mir schon reichen, das Ganze zu beenden. Aber klar, ich verstehe schon, es wohnt hier zusammen, man will nicht wieder was Neues anfangen, aber hört sich nicht gut an. Aber letzten Endes musst du es wissen. In diesem Sinne könnt ihr auch mal gerne schreiben, was ihr dazu seht. Und wir sehen uns bald wieder. Und wir sehen uns bald wieder.